Der Traktionswandel bei der Deutschen Bundesbahn verlangte nach einer einmotorigen Großdiesellok für den mittelschweren Dienst. Ab 1960 entstanden zehn Prototypen, von denen sich neun äußerlich von der späteren Serie erheblich unterschieden. Eine Sonderstellung nahm dabei die 216 010 9 ein. Ihre Lokkasten besaßen bereits die charakteristischen Merkmale der Serienmaschinen. Ansonsten war sie jedoch optisch noch eine Vorserien-Lok. Ab 1964 begann unter Beteiligung der Hersteller Henschel, KHD, Krauss-Maffei, Krupp und MAK die Fertigung von 214 Serien-Lokomotiven. Mit ihrer Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern waren die Loks ideal vor Eil- und Personenzügen einzusetzen. Dank eines langsamen Gangs und der dadurch höheren Anfahrtzugkraft konnten auch Güterzüge gefahren werden. Da die 216 nur über eine Dampfheizung verfügten, wurden sie in den 1990er Jahren von der Baureihe 218 aus den Eil-Zugleistungen verdrängt. Zudem standen günstiger zu betreibende Triebwagen zur Verfügung. Die letzten Maschinen schieden 2004 aus dem Bestand der DB aus. Die aktuelle Neuentwicklung von Pico schließt eine wichtige Lücke für alle Freunde der Spur N. Nach der Umsetzung in H0 wünschten sich zahlreiche Pico-Fans ein Modell für die kleine Spurweite dieser bestimmten Maschine. Das geringe Platzangebot im Inneren stellte die Pico-Konstrukteure vor immense Herausforderungen beim Formenbau. Dennoch ist es gelungen, neben dem Antrieb die erforderliche Elektronik- und Digitalschnittstelle unterzubringen. Die Ecken und Kanten des Vorbildes sind bestens getroffen und authentisch nachgebildet worden. Der Detaillierungsgrad des Modells bewegt sich auf gewohnt hohem Pico-Niveau. Hierzu gehört ein vorbildgetreu nachgebildetes Dach inklusive Fenster. Feinste Gravuren geben die Drehgestelle und Handstangen exakt wider. Ebenso gelungen ist der realistisch nachgebildete und eingerichtete Maschinenraum. Hier zeichnen unter anderem Leitungen der einmotorigen Maschine ein realistisches Gesamtbild. Die schlierenfrei polierten Fenster erlauben einen freien Durchblick. Trotz geringem Platzangebot ist im Inneren der Baureihe 216 für Pico jede Menge Technik untergebracht. Ein starker Motor sorgt für ausreichend Antrieb. Zwei Haftreifen verschaffen zusätzliche Zugkraft. Der Einbau eines Dekoders ist unkompliziert möglich. Zum Einsatz kommt eine zeitgemäße Next 18-Schnittstelle. Lichtstarke LEDs beleuchten den Maschinenraum und die Führerstände. Abhängig von der Fahrtrichtung wechselt das Licht der Lokomotive von einem weißen Dreilichtspitzensignal in zwei rote Schlussleuchten. Bei der zusätzlich erscheinenden Soundversion ist ein Pico Sounddecoder inklusive Lautsprecher bereits werkseitig installiert. Sobald den Eierkopf auf der Kîtchenstelle ist ein Pico Soundbusch. Sobald die Eisenbahnknang wird er in der Überschuss für die Erdbeeren unter der Leute. Sobald der Fenster ist es ja nicht mehr in die Ebene. Sobald die Eierkopf aus der Leichtspitzung. Sobald die Kinklisiken wird die Schmiedserkung wird das Licht der Lokomotive von der Leichtspitzung. Sobald die Kentgenstelle des Lipps aus der Eierkopf. Sobald die Kettenstelle des Leichtspitzung. Sobald die Ketteschenstelle der Steinkanze wird das Licht der Böden mit der Kettechnik verwendet. Und dann wird das Licht der Kettechnisch gerückt. Sobald die Kettechnisch. nicht elektrifizierten Strecken der Deutschen Bundesbahn war die Baureihe 216 lange unverzichtbar. Entsprechend vielfältig lässt sich das Modell einsetzen. Nach dem vielfach gelobten H0-Modell der 216-010 findet diese wichtige Lok nun auch Einzug in Sammlungen und Anlagen im Maßstab 1 zu 160. Im Eilzugdienst war die Baureihe 216 häufig in Kombination mit Silberlingen anzutreffen. Diese erscheinen noch im Verlauf des aktuellen Modellbahnjahres als Neuheit im Pico-Sortiment und erlauben damit die Bildung realistischer Ganzzüge.